Ja, zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth und genau, liebe Leute, dann, wir waren ja beim letzten Mal hier und haben diese Mission noch einmal von vorne angefangen, weil wir ja unseren Neustart hier quasi gemacht hatten und, äh, genau, waren hier dabei, uns hier Kriegsschiffe aufzubauen. Oha, was ist denn hier, was geht denn hier ab, ey? Hallo? So, mach mal weiter. So, ähm, genau, wir waren uns hier am Aufbauen. Ach du Heilige, ach du Heilige. Boah, dieser Bomber-Sound. Schieß doch nicht da drauf, mach doch das kaputt. Höh, Irland ist auf unserer Seite? Ach, wie geil. Das Irland, Leute. Boah, alle weg. Scheiße, der hat mir ja alle Wurte versenkt. Oh, Mann. Was ist denn hier? Großbritannien. Boah, ey, das ist ganz schön heftig, was hier abgeht gerade. Hat der mir... Der Penner hat da echt einen Bürger plattgebracht, ey. So. Ey, jetzt reicht's aber mal langsam, oder? Das ist ja wohl die Höhe. So. Aha, die haben keine Chance. Boah. Ja, Freunde, das geht ganz schön ab, muss ich sagen. Der trifft zum Glück nicht, ey. So. Zum Glück trifft der nicht. Gott sei Dank. So, alles klar. Dann würde ich sagen, wir haben ja letztes Mal auch leider die Bismarck verloren. Ach, das gibt's doch nicht. Gut. Oha, geil. Okay, Kriegsschiffe. So, da haben wir jetzt einiges an Kriegssch... Ich glaube, wir müssen hier einfach... Äh, Kriegsschiffe spammen. Ich meine, wir haben genug Ressourcen erstmal davon. Wir müssen hier erstmal Kriegsschiffe spammen. So. Ja, die Flieger sind erstmal egal eigentlich. Hey, hey, hey. So. Nichts da. Schön hier vorbleiben, ja. Schön weiter blockieren. So. Schön Kriegsschiffe spammen und die machen hier die Werften platt. Ja, das ist eine gute Idee. Und, ja. Liebe Freunde, dann würde ich sagen, äh... Freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid beim Let's Play von Empire Earth. Ähm... Ja, wie wir jetzt hier hoffentlich England bald mal platt machen. Und, genau. Aber die Kriegsschiffe, die bringen gerade irgendwie nicht so viel wegen Gebäude. Ich bräuchte auch ein paar U-Boote, ne? Wartet mal. Ich bräuchte auch ein paar U-Boote, aber... ... ein paar Kriegsschiffe gehen noch. So. Da werden wir wieder angegriffen von da oben. Okay. Dann mach den platt da. Los. Seeschlacht. Bam. Das ist ja auch das Geile hier, ne? Dass man hier so reinzoomen kann. Das ist richtig gut. Hallo? Eins gegen eins. Nix da, ey. So. Ähm... Ja, der geht jetzt leider sterben gleich. Der wird angegriffen. Aber das passt schon soweit. Was zur... Haha, okay. Dann bauen wir bitte ein paar Flags hier auf. Kollege. Die Flugzeuge nerven nämlich. So. Genau, in diesem Spiel können wir ja auch Gruppen bilden, ne? Ihr seht's ja hier. Ich hab das jetzt hier... ... als Einsergruppe deklariert. Und... Ja. Genau. Alles klar. Ähm... Ja, das heißt... Dann werde ich jetzt einfach auf U-Boote bauen. Lasst das mal... Bleiben bitte mit den Kriegsschiffen. Ich werde hier einfach auf U-Boote bauen. So. Nein, mach doch nicht dieses nützlose Gebäude da kaputt. Mach doch den da im Arsch. So, was ist das für einer? Taifun. Ein Jäger auf jeden Fall. Die Musik hier ist ganz schön laut, finde ich. Aber gut. Kann man ja leiser drehen. Also in der Aufnahme dann, ne? So, dann machen wir das, die ein bisschen mehr aushalten. So. Und mehr Schaden auf jeden Fall. So, dann habe ich hier eigentlich noch ein paar U-Boote, ne? Hier oben, ja. Da habe ich noch ein paar U-Boote stehen. Äh... Der kann nicht lange schießen, oder? Doch, kann er. Okay. Interessant. So, der Kollege, der kann weiterbauen hier, bitte. Es ist hier oben, okay. Komm, war jetzt England erreicht. Nein, 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 nein. Ach, du Penner, echt. Mach den doch mal platt. Ja, die Flax. Die Flax, Junge, die Flax. So, dann... Bauen wir weiter, Flax, hier. So. Ah, die sind tatsächlich ein bisschen zu weit auseinander. Wartet mal. Mach die mal ein bisschen zusammen. So. Das ist klar, wir sollen also alles von... Aha. Okay. Jo, dann machen wir den... Das Schiff da im Arsch. Ach, du Kacke. Ein Bomber. Okay. Ja, aber das passt. Liebe Freunde, das passt. Da würde ich sagen... Ballert diese Werft hier platt. Das Doktor platt. Okay. Sehr schön. Die U-Boote kommen weiter raus. Das ist sehr gut. Weil die können nämlich dann die Zufahrtswege blockieren. Ja, bau noch ein Kriegsschiff. King George V. So ein Quatsch, echt. So. Weg damit. Sehr schön. So. Und da kommt wieder ein Bomber. Der will mich wieder bomben. Hier. Okay. Da ist aber ein Konvoi. Haha. Der kann weg. So. Weg mit dem. Sehr schön. Oh, wo kommt der denn schon wieder her? Ja, klar. Äh. Mega fair. Mega fair. Echt jetzt gerade. Ähm. Ah ne, das bringt nix. Die U-Boote. Wir werden angegriffen. Ja, klar. Das ist ja jetzt echt fair. Ach, mein Gott, Leute. Du nervst, du Brite. Echt. Sei nicht so feige, Mann. Wir werden angegriffen. So, wo ist der Bürger, der das hier wieder repariert? Wo ist der Bürger, der das repariert? Das wird nämlich die ganze Zeit nachrepariert. Sehr schön. Wir werden angegriffen. Und jetzt schon wieder einer. Sag mal. Sag mal, das ist doch jetzt echt nicht fair. Ich ziehe jetzt die U-Boote hier runter. Das wird mir langsam echt ein bisschen zu viel. So. Ähm. Das ist schon eine schwierigere Mission. Wie gesagt. Der Vogel, ey. So, haben wir es jetzt? Da. Haha, daneben gebombt. Sehr gut. Ja, dann hier. Wo wurde ich jetzt wieder angegriffen? Ah, okay. So, bäms, bäbäms. So. Meine U-Boote sind auch da. Sehr schön. Das heißt. Wir können hier unten uns weiter voranbomben. Okay. Alles klar. Und ja, liebe Leute. Dann würde ich sagen, äh, ja. Ich freue mich, dass ihr wieder hier dabei seid. In dieser, nach wie vor, in dieser Sonntagsaufnahme-Session. Und wie wir jetzt hier weiter die Engländer platt machen. Jo. Quasi die Fortsetzung des Projektes, sozusagen, ne. Ach, was freue ich mich. Empire Earth ist einfach, ist einfach gut. Ist einfach gut. So, die U-Boote. Die können mal bitte hier, ähm, raus aus der Range. Hört doch mal auf, das da immer zu reparieren, Mann. So. Ja, hier hat er wieder was nachgebaut. Okay. Das kriegen wir aber hin. Zwei Kriegsschiffe. Und der kann jetzt natürlich nichts anderes mehr außer Bomben. Ist ja klar. Ist ja klar. So. Dann, äh, gehen wir mal weiter. Ach, du Heilige. Wow. Mach das Dingdack im Arsch. Boah. Gott sei Dank dann. Dann ziehen sie sich nämlich zurück. Ha. Seht ihr das? Dann ziehen die sich nämlich voll zurück. So. Alles klar. Das heißt, hier unten bräuchte ich eigentlich ein paar mehr U-Boote. Okay. Da bohrt er sich auch wieder auf. Der bohrt sich wieder komplett auf, ne. Das ist irgendwie voll die Materialschlacht hier. Tch. So. Hier ist der Offizier. Kurs wird gesetzt. Der wört sich irgendwie mehr auf, als dass ich ihn platt mache. Okay, der da oben, der braucht definitiv Verstärkung. Das freie Volk von Irland wurde davon überzeugt, keinen Krieg zu führen. Hier ist der Offizier. Okay. Irland führt also keinen Krieg. Hier ist der Offizier. Der Ressene Neukur. Alter Schwede. Das ist ganz schön heftig, was hier... Was der hier auffährt, ne, der Gegner. Was der hier auffährt. Auch noch mit Bombern und allem. Das ist schon ordentlich, ey. Das ist schon echt ordentlich, muss ich sagen. Wow. Nicht übel, ey. Ganz und gar nicht übel. So. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so schaffen kann. Drauf ballern da los. Nein, nein, aber die U-Worte, die können ja aber hier bleiben. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schaffbar ist, so. Da bin ich mir echt nicht sicher. Boah. Komm, ballert den weg, los. Bevor der schmeißt. Sehr gut. Puh. Ah, der baut schon ordentlich Sachen da auf, ey. So. Das scheiß Dock ist weg. Was macht ihr eigentlich da unten? Wir werden angegriffen. So. Mach den da oben im Arsch los. Nein. Diesen Konvoi da. Nicht auf die Schiffe. Den Konvoi da oben. So. Den Konvoi da. Und weg. Sehr gut. Und weg. Wunderbar. Dann können wir uns hier weiter durchkämpfen. So. Da werden wir wieder... Ja, okay. Das sind nur Flugzeuge. Das macht nichts. Hallo, Bürger. So. Wunderbar. Das heißt, wir kämpfen uns hier weiter durch. Wir sind schon hier oben angekommen. Ja, die Mission ist eine Herausforderung. Muss man echt sagen. Also, diese Mission... Nichts da. Sehr schön. Okay. Die Mission ist echt eine Herausforderung. Also, echt krass. Wow. Echt krass. So, bauen wir neue Kriegsschiffe, bitte. So. Im Arsch machen das Zeug. Los. Sollen wir nur die Werften platt machen? Oder was sollen wir platt machen? Ich glaube, alles, oder? Wartet mal. Wo sind die Missionsziele? Die sind hier oben. Das heißt, wir haben britischen Docks. Also, nur die Docks. An der Schiffe der britischen Heimatflotte platt machen. Also, doch nur die Docks. Ja, dann, okay. Dann müssen wir das da oben noch. Das hier noch. Das da noch. Ja, gut, okay. Aber das da kriegen wir ja hin. So. Das machen wir so. Die Flieger, die können eigentlich nicht so viel anhaben, ne? Ja, obwohl. Ja, ist ja gut. Das kann er ruhig platt machen. Das ist kein Thema. So. Hier, platt machen. Los. Boah, der viele Jäger. Der hat viele Jäger unterwegs hier so. Kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen, kaputt machen. Boah. So. Gott sei Dank. Okay. Alles klar. Gut. Okay. Ja, dann zieht den mal hier hin los. Und zieht den mal da raus. So, wo werden wir jetzt angegriffen? Hier, okay. Das ist aber in Ordnung. Flack, Flack, Flack. Sehr schön. Gut gemacht, Kollege. So. Dann kriegen wir da ein Verstärkungsschiff. Und hier unten wieder. Ha, ha, ha. Nichts da, Kollege. So. Alles klar. So. Oh, die schießen tatsächlich. Ja gut, aber das Ding ist im Arsch. Dann macht den da platt. Sehr gut, ey. Sehr, sehr cool. Wir haben jede Menge Docks eigentlich schon von ihm kaputt gemacht. Jetzt haben wir eigentlich nur noch her. Ja, toll. Scheiße. So. Hier das Ding müssen wir noch platt machen. Alter Schwede. So, aber wir haben eigentlich alle Docks platt. Fast, ja. Fast alle Docks platt. Okay. Das ist schon mal Gold wert, muss ich sagen. Okay. Ja, schön aufheilen. Das ist gut. Das braucht ihr. Was baue ich eigentlich hier die ganze Zeit? Ah, Kriegsschiffe, ne? Genau, Kriegsschiffe baue ich die ganze Zeit. Und ja. Da freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid. Und ich hoffe, dass euch das nach wie vor hier gefällt, das Empire Earth. Let's play. Mir macht's auf jeden Fall verdammt viel Spaß. Wie ihr merkt. Ist einfach geil. Ist einfach geil. So. Wir müssen ja nur die Docks platt machen, ne? Nur die Docks hier. Bäm. Bäm. Sehr gut. So, wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt... Warum das denn? Warum hat er denn jetzt da hinten wieder eins stehen? Das habe ich doch eben kaputt gemacht. Mensch. Och, Kollege. Jetzt hör doch mal auf. Echt. So. Mach direkt diesen Bürger da im Arsch. Oh, was. Anti-Panzer-Geschütz hier. Dann mach das Ding im Arsch. So. Was kommt da hier mit Einheiten an? Was zur Hölle? Mit Land-Einheiten gegen Schiffe. Alter Schwede, ey. Echt. Ihr nervt. Ihr nervt. Aber sowas von. So, aber hier oben. Rost zur... Was zur Hölle? Okay. Ja, dann nervt den mal ein bisschen. So, dann haben wir jetzt hier wieder das Ding. Das da. Kaputt machen. Los. So. Kaputt machen. Kaputt machen. Kaputt machen. Wir werden angegriffen. Dann haben wir da oben nämlich keins mehr. Dann haben wir auf dieser Seite keins mehr. Sehr gut. Alles klar. Ja, macht die Flachs. Die machen die Arbeit. Sehr geil. Alles klar. Dann sollte das hier ja das letzte Dock sein, ne? Echt eine krasse Vision, dieses Teil. Aha, nichts da. Nichts da. Nichts da. Aufhören. Kaputt machen wieder. Wieder weg machen. Los. Ach, Mensch. Wollte der hier wieder was aufbauen, ey. Ja, dann. Keine Ahnung, dann. Ja, gut. Warum kann er sich denn die Dinger jetzt eigentlich wieder aufbauen? Ich hab dem doch alles eigentlich weggenommen. Also, frage ich mich gerade, aber echt? Ach, hört doch auf. Hört doch auf, ey. Das ist doch kindisch. Ich weiß nicht, da mit ihrem Rosinenbomber. Aber gut. Ich glaube, boah, die fetzen auch ganz schön rein, die Bomber. Die fetzen ganz schön rein. So, aber hier stehen ja meine U-Boote. Dort ist ja eigentlich alles in Ordnung. Gut, dann kann ich die eigentlich auch alle nehmen und zurückfahren. So, ähm, Leute, ihr nervt jetzt mittlerweile. Nimm die vier Schiffe und, äh, okay. Scheiß England. Ihr nervt wirklich. Ähm, ihr nervt wirklich, ihr Briten. Ohne Kack. So, ihr trifft nicht so ganz. Sehr gut. Gut, dann. Mach bitte dieses Dock hier platt. Noch ein Dock verbleibt. Das ist das letzte Dock hier. Los. Ach, jetzt hat er da ausgerechnet noch ein Kriegsschiff. Gebaut, der Penner, ey. Auf den hier will der. Okay, dann fahr mal ein bisschen rum. Äh, äh, scheiße. Uncool. Okay, sehr gut. Das ist das letzte Dock. Freunde, das ist wirklich das letzte Dock jetzt. So. Bäms. Die Dinger müssen wir gar nicht kaputt machen. Okay. Oh Gott. Mach doch mal diesen Kackbürger da im Arsch. Mann. So. Und wieder ein Bomber. Ja, gut, aber... Äh, schmeißt daneben. Sehr gut. Bürger. Bürger. So. Kaputt machen. Das letzte Dock jetzt hier. Komme was wolle. Ah, okay. Haben wir es jetzt? Oder hat er sich wieder irgendwo aufgebaut? Wir werden angegriffen. Ja, wo denn? Ah, beide Konvois platt gemacht. Sehr schön. So. Jetzt haben wir, glaube ich, alle... Alle Docks platt, ne? Wir haben alle Docks platt. Das ist sehr gut. Wir werden angegriffen. Sehr schön, Leute. Ähm, dann würde ich sagen... Machen wir mal eine kleine Pause. Oh, schieß die ab, ey. Das ist ja wohl jetzt nicht waschi. Nervt. Ihr nervt echt. So. Ähm, ja, dann würde ich sagen... Haben wir das erst mal. Die Docks haben wir schon mal platt gemacht. Das ist schon mal sehr schön. Gut. Ähm, weil er kann sich jetzt eigentlich nicht mehr aufbauen, ne? Jetzt... Ja. Jetzt, wo wir die Docks platt gemacht haben, kann er auch keine... Keiner nach... Keinen Nachschub mehr empfangen. Der Gegner, ne? Das ist natürlich jetzt geil. Haha. Das ist natürlich jetzt endgeil. Okay. Ähm, ich brauche mal mehr Flaks hier. So. Baut mal mehr Flaks auf hier. Höh. So. Für diese Kackflieger von dem. So. Wartet mal. Geh mal ein bisschen zurück hier. So. Du sollst mal da oben hin. Los jetzt hier. So. Und... Schieß den ab. Sehr schön. Wunderbar. Platt machen. Ach, Quatsch hier. A. Okay. A ist immer für Anti-Air. So. Alles klar. Boah, diese Bomber-Sounds hier sind so geil. Zerstören sie alle Schiffe der... ...britischen Heimatflotte. Der nervt echt, ey. Der nervt aber so richtig. So, jetzt müssen wir einfach nur Schiffe platt machen. Gut. Dann sammeln wir uns mal hier die U-Boote. Okay. Weitere U-Boote, bitte. Weil wenn wir genug U-Boote haben, dann können wir nämlich auch die Schiffe voll raiden. Der versucht es jetzt auch gar nicht mehr, ne? Wir haben tatsächlich ein bisschen Zeit, uns zu erholen. Das ist gut, liebe Leute. Das ist sehr gut. Ah, sehr schön. Ressourcen haben wir ja hier genug, also... ...schon ordentlich. Und ja, ich war gerade tatsächlich echt im Tunnel, muss ich sagen. Weil... ...ja, schon eine krasse Mission, ne? Wenn man das mal... Hahaha, so weg mit dem Scheiß. Ähm... Echt schon eine krasse Mission, weil er hatte auch irgendwie... ...zehn Flugfelder oder so. Acht Flugfelder. Wow. Die Bomber-Sounds sind schon mega, ja. Gut. Das heißt, ich kann hier vorne aber auch nochmal... So. Tocke, 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 tocke. Ihr erster Offizier. Gut, liebe Freunde, aber in Anbetracht dessen, dass die Folge voll ist, würde ich mal sagen... Ähm... Jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Leute, dann würde ich sagen, lass mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lass die Glocke läuten, äh, würde mich sehr freuen. Erzähl sie gerne weiter, weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weiter geht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, würde ich euch auch schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.